Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polizei bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Geh und vergiss nicht, was ich. Geh und vergiss nicht, was ich. Ich war wieder allein und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Die 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 Furcht in die Augen sehen.